Vielmehr kennen wir diese Dinge nur aus totalitären Staaten oder Fiktionen. Das wissen natürlich auch die Befürworter dieser neuen Weltordnung. Sie erklären uns aber, dass es ein Tauschgeschäft wäre. Wir würden unter dem Zwang der missbräuchlich verwendeten Technologie im Interesse von ein paar Unternehmen und Staaten die Basis unserer Gesellschaft vollkommen umbauen und ein Grundrecht aufgeben, jedoch einen Vorteil gegenüber der heutigen Welt durch technischen Fortschritt bekommen. Der technologische Fortschritt wird uns dabei immer im Paket mit der Aufgabe von Privatsphäre verkauft. Das ist aber überhaupt nicht zwingend. Technischer Fortschritt ist auch ohne dieses Opfer möglich. Wenn wir uns mehr öffnen wollen, können wir das jederzeit machen. Wenn wir uns mehr vernetzen wollen, können wir das jederzeit tun, auch ohne Aufgabe des natürlichen Bedürfnisses nach Privatsphäre. Der Tausch ist also in Wirklichkeit keiner. Was uns als Tausch verkauft wird, ist in Wirklichkeit nur ein Raubbau im Interesse einer kleinen Gruppe. Kapitulation und Abschaffung unserer Grundrechte auf Datenschutz und Privatsphäre kann keine ernsthafte Option sein. Wer heute behauptet, dass wir diese Grundrechte einfach aufgeben sollten, spielt in einer Liga mit Menschen, die eine chinesische Demokratie als effizienter anpreisen. Sie untergraben Errungenschaften der Menschheit im Interesse von Macht, Profit und Bequemlichkeit. Kapitel 31 Praxistest USA Wenn Sie eine praktische Vorschau auf ein entwickeltes Land ohne Datenschutz haben wollen, dann ist ein Blick in die USA wohl ein guter Tipp. Dort gibt es generell keinen Datenschutz, sondern wie gesagt nur ein paar einzelne Gesetze für spezifische Bereiche wie Gesundheitsdaten oder Kreditinformationen, dass das